Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen kleinen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Heute werden sich fantastische Gelegenheiten bieten. Denken Sie groß. Sie werden viel mehr erreichen, als Sie sich vorstellen können. Wenn Sie sich persönlich oder virtuell um einen Job bewerben, verlangen Sie ein höheres Gehalt als ursprünglich. Die Glückssterne sind mit Ihnen. Gesundheit Fühlen Sie sich in letzter Zeit ein wenig blockiert. Emotional oder körperlich Das könnte mit einer angespannten Phase zu tun haben, in der Sie dazu neigen, die Dinge ein wenig zu blockieren. Halten Sie alle Kanäle offen, indem Sie viel Wasser und frisches Gemüse zu sich nehmen und zumindest ein paar virtuelle Yogastunden oder andere Übungen machen, die Ihre Anspannung am besten lösen. Versuchen Sie, dies immer dann zu tun, wenn Sie stark im Stress ausgesetzt sind, anstatt es auf später zu verschieben. Sie werden viel glücklicher sein. Liebe Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich viel sentimentaler als sonst fühlen, das liegt wahrscheinlich an den aktuellen Planetenenergien. Wenn Sie bereits in einer festen Beziehung sind, dann nutzen Sie diese wunderbare Gelegenheit, um Ihren bisherigen gemeinsamen Weg zu feiern und sich für die Zukunft noch stärker zu verpflichten. Wenn Sie auf der Suche nach Liebe sind, dann versuchen Sie, etwas zu tun, das mit Kunst zu tun hat. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Versuchen Sie ständig, Ihre Anhaftung an Besitztümer zu verringern. Diejenigen, die stark an materiellen Wünschen hängen, werden große Schwierigkeiten haben, wenn ihnen ihre Dinge weggenommen werden oder verloren gehen. Am Ende besitzt der Besitz einen Selbst, nicht umgekehrt. Werden Sie ein Mensch mit minimalen Bedürfnissen und Sie werden viel zufriedener sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Verpassen Sie morgen nicht Ihr neues Horoskop. Bis dann.